Ziklak Schilfhütte mit Ziebrunnen Die rollstuhlgerechte Aussichtsplattform Ziklakke 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 Weinkulturen am Zigsee Eine weitere Aussichtsplattform am Zigsee Die Stinkersee Aussichtsplattform am unteren Stinkersee Südteil Die Stinkersee Aussichtsplattform am unteren Stinkersee Die Hölle Der obere Stinkersee Rollstuhlgerechte Aussichtsplattform am Der Lacki Hochstetten Der Lacki Hochstetten Neubruchlacke Linksabzweigung zum Gewerbepark Die Neubruchlacke Am Ende der Neubruchlacke müssen wir rechts abzweigen Die an manchen Stellen des Westteils schon etwas ausgetrockene lange Lake Aussichtsturm an der Langen Lake Steppenreiter Ein weiterer Hochstand an der Langen Lake Schilfhütte mit Siebbrunnen Schilfhütte mit Siebbrunnen Schilfhütte mit Siebbrunnen Schilfhütten sneaky ein Schilfhütte mit einer Schilfe Verpackung Lage. Fahrt zum Steppentierpark. Wir fahren am Feriendorf Villa Vita Pannonia vorbei und biegen etwas nach der Anlage in einen markierten Weg nach rechts hinein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 An der Schotterstraße zum Steppentierpark fahren wir an einem markanten Hügel, Burg genannt, vorbei. Es handelt sich um eine Spiegelinstallation. Der Steppentierpark. Der Park war leider Corona bedingt geschlossen. Der tiefste Punkt Österreichs an der Kreuzung Zweierschotterstraße. Eine Pisonzucht. Die Hubertuskapelle mit Rastbanken. Die Hubertuskapelle mit Rastbanken. Die Hubertuskapelle mit Rastbanken. Der Zicksee-Martentau-Kanal. Weg zum Sandegg und zu den weißen Eseln. Rollstuhlgerechte Aussichtsplattform Wasserstäb. Die Hubertuskapelle mit Rastbanken. Der Aussichtsturm Sandegg. Von hier hat man eine schöne Aussicht auf die Naturzone Sandegg. Der Stall für die weißen Eseln. Der Stall für die weißen Eseln. Der Stall für die weißen Esel. Der Stall für die weißen Esel ogni wesentlich öfters. Da es hier eine Sandpiste gibt, ist es besser, den Pfad rechts der Piste zu fahren. Hier sind sie ja die Welles-Nasel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020